Morgen und hallo! Für den vierten Straßenpreis im Oktober sind wir unterwegs in Bayern. Im Postcode 97753JZ in Karlstadt überraschen wir unseren glücklichen Gewinner gleich mit 20.000 Euro. Und nicht nur das, weil es der vierte Straßenpreis ist, gibt es auch noch einen nagelneuen BMW 1er. Hallo, hier ist die deutsche Postcode Lotterie. Na, kommen Sie gerne einmal raus. Wollen wir mal reinschauen? Ja. Dann ziehen Sie gerne. Ja, schön und gut. Sie sind sehr reserviert, das sind 10.000 Euro. Ja, gut. Danke, ich habe eine Tollose bei euch. Das ist ein gutes Stichwort. Wissen Sie, was das bedeutet? Weiß ich nicht. Sie dürfen nochmal ziehen. Super, super, ja. So wie es die doch der Böse Zeit hat. Ach, die wusste schon Bescheid. Sehr gut. Hat sie gleich eins gekauft, Postcode Lotterie. Jetzt habe ich noch eine Überraschung. Hier liegt noch eine. Sie haben den vierten Straßenpreis gewonnen. Ja, das ist der Hammer. Wahnsinnig. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich kann es ja gar nicht fassen. Es muss sich erst alles mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe noch nie gewonnen in dem Sinn. Es freut mich sehr. Mir hat das ganze Flair Spaß gemacht. Ich habe es ja in der Werbung gesehen, im Fernsehen schon. Und es hat mich begeistert. Nachbarn und Freunde sollen sich sofort lose kaufen. Vielleicht kriegt sie auch das Glück.